Musik Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Er ist lebensnotwendig für uns. Und wenn wir an Operationen denken, bei denen wir Blut verlieren könnten, dann macht es uns Angst erst einmal. Aber dafür gibt es doch Blutkonserven, oder? Also alles in Ordnung? Das ist unser Thema heute. Bei mir sitzt Prof. Dr. Berthold Bein, ist Chefarzt der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie da sind. Ja, Frau Kahler, ich freue mich auch. Was heißt denn das, wenn ich Blut bekomme von einem fremden Menschen? Das bedeutet zuallererst natürlich, dass Sie ein Geschenk bekommen haben, nämlich ein Geschenk von einem Menschen, der bereit war, Zeit zu investieren und Blut zu spenden, ohne dafür ein finanzielles Entgelt zu bekommen. Was es auch heißt natürlich, wir haben gesagt, es ist ein fremder Mensch. Das heißt, wir übertragen ein Organ. Blut ist nämlich, wenn wir etwas näher hinsehen, ein richtiges Organ. Das heißt, wir transplantieren praktisch. Wir übertragen ein fremdes Organ. Und das geht natürlich mit bestimmten Risiken und Nebenwirkungen einher. Ja, Transplantationen, das ist ja mehr als einfach nur so ein bisschen etwas Flüssiges in die Adern gespritzt zu bekommen. Es gibt offensichtlich negative Folgen, die so eine Transfusion haben kann. Welche sind denn das? Nun, bereits beim Prozess der Blutherstellung können natürlich Fehler passieren. Überall da, wo Menschen arbeiten, können auch Fehler passieren. Das heißt, man kann zum Beispiel mit einer Blutkonserve auch eine Infektion mit übertragen. Das kann eine Hepatitis sein, also eine Leberentzündung. Das kann in sehr, sehr seltenen Fällen auch das HIV-Virus sein, das mit übertragen werden könnte. Im Wesentlichen aber am häufigsten sind, sagen wir mal, banale Infektionen, also Bakterien, Verunreinigungen, die bei der Transfusion mit übertragen werden können. Das ist ein Risiko, gar keine Frage. Und wie oft kommt das vor? Das ist Gott sei Dank sehr, sehr selten, dass es tatsächlich zu einer Infektion kommt. Wenn wir gerade über das Reizthema HIV vielleicht sprechen, dann liegen wir so in einer Größenordnung von 1 zu 500.000. Also auf 500.000 Blutkonserven kann einmal ein HIV-Virus mit übertragen werden. Im Bereich der Hepatitis ist es im Bereich von 1 zu 100.000 ungefähr. Hat das doch was mit dem Zustand des Patienten zu tun, ob ihm eine Fremdblutkonserve, so nennt man das ja, glaube ich, ob die ihn bekommt? Genau, das ist korrekt. Ja. Das hat natürlich auch was mit dem Zustand des Patienten zu tun. Auch wie das Immunsystem des Patienten mit den fremden Antigenen umgeht, die ihm nun transfundiert werden, übertragen werden. Aber im Wesentlichen die Krankheitserreger, die dann in sehr, sehr seltenen Fällen in der Blutkonserve vorhanden sind, die sind einfach in der Konserve vorhanden. Und ob es dann letztendlich zu einer Infektion kommt, da haben Sie natürlich wieder einen Punkt, hängt natürlich auch von der Wirtsabwehr, also vom Zustand des Patienten ab, dem die Blutkonserve übertragen wird. Aber man sieht doch, wenn man Filme sieht, wenn man Fernseht, immer bei jeder Operation so einen Beutel mit Blut an einem Ständer neben dem Bett stehen, das gehört ja fast schon dazu, denkt man so. Ja, also wir dürfen auch nicht vergessen, dass tatsächlich ohne die Spendebereitschaft der Bevölkerung und ohne das Blut tatsächlich immer noch gespendet wird, wir viele große Operationen gar nicht durchführen könnten und wir auch viele Patienten gar nicht retten könnten, die einen schweren Verkehrsunfall beispielsweise erleiden und die dadurch dabei viel Blut verlieren. Diese Patienten würden sonst sterben. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Bei großen Operationen hängt auch in der Asklepiosklinik St. Georg immer noch mal einen Blutbeutel an Infusionsstände, aber wir bemühen uns natürlich, diese wertvolle Ressource Blut so sorgsam zu verwenden, dass wir sie den Patienten geben können, die sie wirklich dringend brauchen. Wie machen Sie das? Also wenn Sie versuchen wollen, Krankheiten zu verhindern, die durch Fremdblut übertragen werden, dann müsste das ja heißen, möglichst wenig Fremdblut zu verabreichen. Wie sieht das denn praktisch aus? Praktisch ist es ein multidisziplinäres Programm, das wir also nicht als Anästhesiologie allein aufgesetzt haben, sondern wo wir sehr eng mit unseren operativen Partnern zusammenarbeiten. Das ist wirklich ein richtiger Teamansatz, der auch notwendig ist. Und der gliedert sich auf drei wesentliche Säulen. Das heißt, wir bemühen uns schon vor der Operation, eine eventuell bestehende Anämie bei den Patienten zu entdecken. Also eine Blutarmut. Genau, eine Blutarmut zu entdecken und auch dann entsprechend zu behandeln, damit die Patienten also nicht blutarm annehmen, für eine geplante Operation zu uns kommen. Die zweite große Säule unseres Programms ist eben dann sehr sorgfältige, minimalinvasive Operationstechniken, blutsparende Zusatzverfahren, wie zum Beispiel eben das Auffangen des Wundblutes, das Aufbereiten des Wundblutes, optimiertes Gerinnungsmanagement, also Blutverluste zu vermeiden. Und die dritte Säule unseres Programms ist dann, die Toleranz des Patienten für einen niedrigen Hämoglobinwert zu erhöhen, indem wir beispielsweise uns bemühen, den Flüssigkeitshaushalt so optimal zu gestalten, dass das Herzzeitvolumen des Patienten ausreichend ist. Also da möchte ich jetzt nochmal nachfragen, weil das ja doch ein ganzes Programm ist, vor der Operation, während der Operation, nach der Operation. Wenn Sie sagen, Sie versuchen vor der OP den Blutfarbstoff zu erhöhen, die Menge des Blutfarbstoffs, wie funktioniert das? Nun, man weiß, dass gerade bei Elternpatienten diese Blutarmut häufig auf eine Mangelernährung zurückzuführen ist. Und diese Mangelernährung führt dann konsekutiv wieder zu Eisenmangel. Also viele vor der Operation festgestellte Anämien beruhen schlicht und ergreifend auf Eisenmangel, also Eisenmangelanämie. Die kann man sehr gut behandeln, schon beim Hausarzt vor der Operation, beispielsweise durch Eisentabletten oder auch durch intravenöse Injektionen von Eisenpräparaten. Und dann ist der Patient wieder in der Lage, sein Blut selber zu bilden. Also der Hämoglobinwert steigt an und die Anämie wird auf jeden Fall deutlich abgemildert. Das ist eine relativ einfache Maßnahme, die bei sehr, sehr vielen Patienten tatsächlich dann zu einer Normalisierung des Hämoglobinwertes führt. Und welche Patientengruppen sind da noch betroffen, die schon einen Eisenmangel mitbringen? Eisenmangel bringen natürlich Patienten mit, also außer denen, die sich Mangel ernähren, aufgrund verschiedener Ursachen, sind natürlich auch Patienten, die tatsächlich unter chronischen Blutverlusten leiden. Beispielsweise Patienten mit einem Tumor, der blutet, ein Darmtumor ist da zum Beispiel relativ häufig ursächlich für eine Anämie. Auch dann kann aber Eisen helfen, weil der Patient verliert ja durch seine Darmblutung einfach auch das Eisen und kann es durch die Nahrungsaufnahme allein dann häufig nicht in ausreichendem Maße setzen. Betrifft das auch Frauen mit ihrer Menstruation? Das kann auch Frauen mit der Menstruation betreffen, gerade wenn es eine Hypermenorrhäe gibt, also wenn sehr viel Blut während der Menstruation verloren wird, dann kann das auch ein Faktor sein. Und wenn man als Frau Eisentabletten bekommt, das ist auch so meine persönliche Erfahrung, da dauert das eine ganze Zeit, bis sich der Eisenspiegel wieder aufbaut. Heißt das dann, man muss sehr früh schon anfangen und diese Operation vorplanen beim Hausarzt? Das ist richtig. Also bei größeren Eingriffen, die man ja planen kann, sollte man schon so früh wie möglich anfangen mit der Eisensubstitution. Vier bis sechs Wochen wäre natürlich da ein perfekter Zeitraum. Wenn man, sagen wir mal, weniger Zeit zur Verfügung hat, dann lohnt es sich eben auch, intravenös Eisen zu injizieren, weil dadurch erreicht man eine schnellere Aufsättigung der Eisenspeicher und eine insofern auch etwas schnellere, zügigere Neubildung von Hämoglobin. Und während der OP haben Sie ja schon angedeutet, wie Sie es versuchen zu erreichen, kein Fremdblut oder wenig Fremdblut geben zu müssen. Könnten Sie uns das nochmal im Einzelnen erläutern? Ja, also es gibt ja verschiedene Dinge, die dazu führen können, dass ein Patient Blut verliert. Das ist natürlich einmal die chirurgische Technik. Wenn man ein Gefäß eröffnet, unbeabsichtigt, dann geht Blut verloren. Also eine sehr sorgfältige Operationstechnik ist da wichtig, gerade heutzutage spielen ja minimalinvasive Verfahren eine große Rolle. In Anführungszeichen, Stichwort Schlüssellochchirurgie, laparaskopische Verfahren. Von der anästologischen Seite her ist es besonders wichtig, den Patienten warm zu halten. Patienten, die kalt werden, bei denen ist die Blutgerinnung beeinträchtigt. Deswegen versuchen wir alle Patienten schon vor der Operation zu wärmen, während der Operation zu wärmen. Wir geben ihnen gewärmte Infusionen. Darf ich da unterbrechen? Damit das Blut flüssiger bleibt? Nein, damit das nicht fest wird? Nein, also die Wärme, also unsere Blutgerinnung funktioniert ja ähnlich wie in der Küche daheim. Also man braucht optimale Temperaturen, damit zum Beispiel eine Mayonnaise nicht gerinnt. Beispielsweise Blutgerinnung funktioniert bei einer bestimmten Temperatur optimal. Und die ist eben 37 Grad, unsere Normaltemperatur. Blutgerinnung funktioniert nicht gut, wenn wir auskühlen und 35 Grad oder 34 Grad kalt werden. Dann funktioniert sie viel schlechter, weil die verantwortlichen Eiweißstoffe, die Enzyme nur noch dienst nach Vorschrift machen, viel langsamer funktionieren als bei 37 Grad. Hat da auch der Zustand des Patienten einen Einfluss drauf, wie er sich fühlt? Also jetzt, wenn Sie von Temperaturen sprechen, das ist ja auch eine subjektive Wahrnehmung, dass ein aufgeregter Patient anders, dass das Blut von ihm anders funktioniert? Nein, also der Patient selber normalerweise regelt seine Temperatur, ganz selbstständig, ohne unsere Zutun. In Narkose sieht das anders aus. Durch die Narkose kommt es zu einer Blutumverteilung aus dem Körperkern in die Körperschale. Temperatur geht verloren. Und deswegen müssen wir als Anästhesisten entsprechend dafür sorgen, dass der Patient gewärmt wird, weil der Patient selber in Narkose seine Temperatur nicht mehr selbstständig optimal einstellen kann. Welche Rolle spielen außerdem Gerinnungshemmer? Gerinnungshemmer spielen eine sehr große Rolle. Viele Patienten sind auf Gerinnungshemmer angewiesen, weil sie zum Beispiel Koronar-Stands tragen, weil sie ein chronisches Vorhofflimmern haben, weil sie eine Thrombose einmal erlitten haben. Und dann muss man sich auch wiederum im Team, das ist eben ganz wichtig, dieser Teamansatz, darüber unterhalten, welchen Gerinnungshemmer braucht der Patient unbedingt. Also auch noch während der Operation und welche Präparate können und müssen dann auch rechtzeitig vor der Operation abgesetzt werden, um eben diese Ungerinnbarkeit des Blutes zu verhindern. Nun wissen ja viele Patienten, dass sie theoretisch eine Eigenblutspende machen können vor der OP. Das wäre ja auch, sagen wir jetzt mal, wenn man es nicht genau weiß, eine gute Idee, sich nicht mit irgendwelchen fremden Dingen zu infizieren. Ich habe inzwischen gehört, es ist nicht mehr so sehr state of the art, um es so zu sagen. Stimmt das? Das ist korrekt. Hauptproblem bei der Eigenblutspende ist natürlich, man entzieht Wochen vor dem Eingriff Blut, das entsprechend auch dann gelagert werden muss. Während der Lagerung bauen die roten Blutkörperchen an Leistungsfähigkeit sozusagen ab. Auf der anderen Seite muss der Patient natürlich dann auch genug Zeit haben, um seinem Blut nachzubilden, das er ja gespendet hat für die Eigenblutspende. Das heißt, wir haben einen sehr langwierigen Prozess, dessen Effektivität auch im Rahmen von Studien als relativ gering eingeschätzt wird. Ach so, und wenn die Operation dann verschoben wird, dann fängt man quasi wieder von vorne an, muss wieder hinfahren. Zum Beispiel. Wichtiges, gutes Beispiel dafür. Und wenn dann die Operation vorbei ist, wenn man im Krankenhaus liegt, das weiß jeder Patient, dann wird wieder Blut abgenommen und nochmal und nochmal und nochmal und viele Tests. Spielt das keine Rolle für Ihr Management? Doch, das spielt eine sehr große Rolle. Ärzte werden ja manchmal auch sogar in Kinderbüchern als Vampire dargestellt. Nicht ganz so unrecht, weil wir natürlich häufig auf die Patienten zugehen und ihnen Blut entnehmen, um damit Tests durchzuführen. Und auch hier haben wir gemeinsam mit unseren Labormedizinern ein Programm umgesetzt, um die Röhrchen schon mal zu verkleinern und eben die minimal benötigte Menge am Blut nur zu entnehmen, weil ein Patient auf der Intensivstation, der dort längere Zeit liegt, bei dem andauernd Blut entnommen wird, um Test durchzuführen, das kann tatsächlich in die Liter gehen, die ein Patient abgibt, nur im Rahmen der Blutentnahme auf der Intensivstation. Da müssen wir dran arbeiten. Erfordert das auch so ein Umdenken bei Ihren Mitarbeitern? Denn was lange gut gewesen ist, warum soll das jetzt plötzlich anders gemacht werden? Das ist die große Herausforderung, auch fürs Team wieder. Alle, die dabei sind, müssen umdenken, müssen neu lernen. So wie ich es neu gelernt habe, natürlich auch meine Mitarbeiter, die da sensibilisiert sind. Und ich glaube, ich kann sagen, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind, dank auch meiner engagierten Mitarbeiter haben wir im letzten Jahr, im Jahr 2014, über 10 Prozent weniger Blutkonserven verbraucht, als im Jahr davor. Also das ist auf einem sehr guten Weg. Und das funktioniert nur, wenn alle überzeugt sind, wenn alle mitspielen. Zum Schluss doch noch die Frage zu den Blutspenden selbst. Immer wieder gibt es Aufrufe, spendet Blut, gerade jetzt in dieser Jahreszeit. Wie sehen Sie da die Versorgung mit Fremdblut? Die Fremdblutversorgung ist abhängig tatsächlich saisonal. Also in den Sommermonaten kommt es häufig zu Engpässen, weil dann die Zahl der Verkehrsunfälle, schweren Verkehrsunfälle, auch Motorradfahrer sind da häufig betroffen, einfach zunimmt. Deswegen kommt es dann häufig zu Engpässen, gerade bei seltenen Blutgruppen. Wir brauchen die Blutspender, wir sind auf sie angewiesen. Ohne die Blutspenden könnten wir eben viele Eingriffe nicht durchführen, könnten viele Schwerfalle diese Patienten nicht retten. Und deswegen kann ich auch hier in diesem Zusammenhang nur die Spender ermutigen, weiter Blut zu spenden. Blut ist ein tatsächlich ganz besonderer Saft. Vielen Dank, Herr Dr. Bein, für diese spannenden Informationen. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder in der kommenden Woche auf www.astlepios.com schrägstrich Nachtvorlesungen oder auf YouTube. Machen Sie es gut! Untertitelung des ZDF für funk, 2017